Musik 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 Hi! Einer von den Cookballers ist heute da. Roland leider nicht. Ich hoffe, ihr schaut es euch trotzdem an und es gefällt euch. Und zwar, wir machen heute ein Bauernbrot mit einer Oliven-Tapenade, Schorizo, gebratene Zucchini und Rucola und nicht zu vergessen Parmesan, den ich leider gerade nicht hier hingestellt habe und den ich gleich hole. So, hier ist jetzt der Parmesan, habe ich gerade eben aus dem Parmesanrad geholt. Ja, und es ist wirklich ein cooles Gericht. Hat vielleicht der ein oder andere noch nicht so gegessen, aber ist trotzdem eine coole Sache und ich zeige euch mal, was ihr dafür benötigt. Grüne und schwarze Oliven, Karpon, Rucola, ein Bauernbrot bzw. ein Sauerteigbrot, Petersilie, Knoblauch, etwas Salz, Zucchini, Zitrone, eine Schalotte, Parmesan und Schorizo. So, ja, also ich würde mich jetzt gleich mal an die Zucchini machen. So, und jetzt, gucken wir mal, ob das nicht heiß genug ist, ist es. Und jetzt legen wir hier einfach die Zucchini-Streifen rein. Und dann werden die schön. So, da muss jetzt auch nicht allzu viel, wir wollen ja nur zwei Brote machen. Jetzt schneiden wir uns hier erstmal eine schöne Scheibe von dem Brot runter. So, wir haben leider hier keine Brotmesser, deswegen müssen wir ein normales Küchenmesser nehmen. So, jetzt legen wir das hier hin. Und jetzt kümmern wir uns um die Oliven-Tapenade. Die Oliven-Tapenade ist quasi nichts anderes als ein Oliven-Salat. Deswegen nehmen wir uns hier einfach ein paar schwarze Oliven, ein paar grüne, ein paar Karpon mit dazu, weil ich finde, Karpon ergänzen das Ganze wunderbar mit so einer leichten Säure. Und jetzt schneiden wir die erstmal hier ein bisschen klein. Das kann man jetzt machen, wie man möchte, kann man auch im Mixer hauen. Aber ich schneide jetzt hier einfach, unsere haben so eine kleine Paprikafüllung, ist ganz angenehm. So, jetzt werden die gewendet. Hier wieder mein Lieblingsstück, der Riesenwender. Das wird jetzt richtig schwierig, weil die Dinger mies sind. Boah. Es muss ja auch immer eine gewisse Herausforderung hier geben bei den Videos, neben dem Drehen. So. Ihr könnt es natürlich so fein machen, wie ihr möchtet. Kommt natürlich darauf an, wie viel Biss ihr haben wollt. Jetzt nehme ich mir hier ein bisschen Petersilie, rolle die wie zu so einer Rolle und schneide einfach so das hier runter. Dann kann man das hier hinzufügen. Dann etwas Knoblauch. Das hier ist junger Knoblauch. Das ist eine ganze Zehe als Knolle. Finde ich immer ganz cool. Da muss man sich nicht die Arbeit machen, um die einzelnen Zehen auszulösen. Ich nehme jetzt hier ein kleines bisschen Schalotte, dass man da auch noch ein bisschen das süßliche Aroma von der Schalotte mit reinbekommt. Und man hat schöne, feine Würfel. Und die genauen Mengenangaben stehen in der Videobeschreibung. Und falls ihr gleich mal dort seid, würde ich mich freuen, wenn ihr uns ein Like und ein Abo dalasst. Und wenn ihr Rezeptwünsche habt oder Ideen, Anregungen oder Fragen, schreibt uns die gerne in den Kommentaren. Wir versuchen sie zu beantworten oder in einem Video einzubauen. So, und jetzt ist die größte Arbeit getan. Jetzt nehmen wir uns nur noch ein bisschen Zitrone. Rollen die ein bisschen übers Brett, damit sich der Press, äh der Saft, hinten löst. Damit uns das Pressen gleich einfacher fällt. Wir brauchen nicht so viel, deswegen schneide ich etwas weiter hinten ab. Dann fällt das Drücken auch etwas leichter. Und, ja, und jetzt kann man einfach hier schön den Saft hineindrücken. Wir wollen es nicht besonders sauer haben, deswegen belassen wir es nur bei einem kleinen bisschen. Und die Oliven sind schon sehr salzig oder verhältnismäßig salzig, deswegen geben wir noch eine kleine Prise Salz ran. Und das Ganze, ähm, zu ergänzen. Und jetzt rühren wir das hier einfach mal durch. Es ist quasi wie ein Olivensalat. Und jetzt binden wir das Ganze hier noch mit ein bisschen Olivenöl. Und fertig ist unsere Oliven-Tapenade. So, wichtig ist, dass wir es jetzt nicht voll mit Flüssigkeit machen, oder nicht zu viel Olivenöl und Zitronensaft. Sonst wird das Ganze zu wässrig und weicht das ganze Brot durch. So. Die Zucchinis haben jetzt hier schön Farbe bekommen. So, den Herd schalten wir aus. Einfach hier ein bisschen drauf verteilen. Ihr könnt ja auch jede andere Wurst, zum Beispiel, könnt ihr auch einen schönen italienischen Schinken nehmen oder Pancetta oder was, worauf ihr Lust habt. So, jetzt ist hier schön Zucchizo drauf. Jetzt kümmern wir uns um ein bisschen was von der Zucchini. Die haben wir jetzt hier schön angeboten. Jetzt hat die noch ein bisschen mehr Aroma. Ist die heiß? Huuuuh. So. Und jetzt hier noch. Oder dasselbe noch bei der Magdruck. Jetzt, weil die Zucchini noch gar keinen Geschmack hat, salzen wir die ein bisschen. Jetzt nehmen wir uns hier einfach eine Prise von grobem Meersalz. Auch nicht so sehr, weil da drunter ist nämlich direkt die Chorizo und die hat nämlich schon einen schönen Bums. Aber dass ihr trotzdem noch mal ein bisschen Aroma bekommt. Weiter geht's. Jetzt kommt hier oben etwas Rucola drauf. Also nicht viel, nur ein kleines bisschen. Das mache ich noch ein bisschen. Sonst kann man das niemals essen. So. Herrlich. Und jetzt, als krönenden Abschluss, etwas Parmesan frisch aus dem Parmesan-Rot. Einfach ein bisschen runterschneiden. Und dann einfach hier oben etwas drauf prüsen. Herrlich. Vielleicht jetzt noch einen kleinen Schuss Olivenöl hier oben drauf. Und das ist eine wunderbare Geschichte. Und jetzt noch, dass wir hier noch und jetzt noch oben drauf ein bisschen schwarzen Pfeffer. Wunderbar. Und vielleicht, dass das Ganze jetzt noch ein bisschen runder schmeckt. Obendrauf noch ein bisschen Zitrone. Und fertig ist unser belegtes Bauernbrot mit Oliven-Tapinade, Chorizo. Zorini, Rucola und Parmesan. Und hier haben wir jetzt unser Bauernbrot. Ich kann es da nicht essen. Besser wäre mit Messer und Gabel. Habe ich jetzt hier nicht. Aber werde ich später machen. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, es schmeckt wirklich richtig gut. Und klaren Sieb von mir abspeichern und nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Eure Cook Brothers. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Nachmachen. Lasst ein Like und ein Abo dran. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Eure Cook Brothers. Eure Cook Brothers. Und vergesst nicht die Glocke.